zack so ach dann kann ich uns ja auch mal zu gucken hier ja mache ich auch gleich die benachrichtigung kriege wie abgehoben super dass sowas funktioniert ach jetzt hat er ja manchmal der ist ja so ein bisschen zeitverzug hat jetzt ist er live sehr schön ok was ist denn da mit twitch los cyber mobbing da gibt es gerade richtig stress also ich habe gedacht am anfang das geht nur um die musik es geht jetzt auch darum dass sogar soundeffekte in manchen spielen lizenziert sind und theoretisch könnte dein ganzes spiel muten bei bei twitch also soundeffekte musik weil nicht jeder spielehersteller hat eine lizenz drauf und dann kommen die studios an und zicken dann rum von der musikindustrie das kann doch was werden ja das wird richtig gut so dann gehe ich mal auf missionsauswahl auf jeden fall auf dem weg nach hause haben wir ja schon gespielt gelahmene exfiltration das könnte man mal einen angriff nehmen ja das ist die zweite beim ersten ist auch schon haken hinterher dass er geschafft haben sehr schön das war doch auch die geile mission jetzt hier wo zum schluss dann fast fertig waren was fast geschafft haben ja genau da da sind wir dann ich bin ja verreckt und dann bist du hinterher auch noch verreckt und dann kam der mega absturz ähm soll ich ruhig luftangriff nehmen ja wenn du willst kannst du das machen dann nehme ich am besten munition oder ja munition ist immer gut oder ne wobei du hast ja munitionskisten dann nehme ich nachschub das ist auch gut kann immer granaten gebrauchen und heilung auch warte mal ich muss noch mal kurz hier habe ich das jetzt genommen ich hoffe ich habe jetzt das richtige so wo fangen wir denn mal an ich habe mal jetzt geht es gleich los in den hafen da war man da hat man das letzte mal auch angefangen glaube ich das war ich glaube auch wir haben uns immer von unten nach oben gekämpft oder so so enter drücken nicht vergessen wieder festgestellt und jetzt geht es mit der kapsel nach unten ein bisschen stress spiel das ja das hält einfach glaube ich nur zwei zuschauer hast du schon jetzt zeigt er nur ein an ich finde das sieht schon ziemlich gut aus das spiel ja finde ich auch das mit dem schnee sieht auch sehr realistisch aus der sieht er echt so so halb geschmolzen ist sieht er echt so aus ja ich gehe mal mit drohne kill ja ich komme mal mit warte mal ich muss mal gucken da so ich habe sie mal markiert sehr gut ist auf jeden fall sehr schnell ne ja das ist manchmal das coole dran das erinnert mich so ein bisschen an hier ist das anwiel tournament und sowas genau richtig ab damals das war noch geschwindigkeit alter wenn man wieder daran gewöhnen da hatten sie recht wir haben sich beschwert dass die kugeln zu langsam fliegen das stimmt schon also die kugeln kommen echt spät an bei den dinos ja stimmt das ist ich habe jetzt auch das problem dass er ja der ist gott sei dank hinüber ok die drohne hat es ja schon abgearbeitet genau mal hier in die fabrik rein ja stimmt schon wenn die dinos auf einen zukommen und man dann drauf ballert und es ist teilweise echt schon zu spät ne ja wie gesagt wenn die ein bisschen weiter weg sind und sich bewegen ach hast du schon bestellt ach das ist ja lieferservice hier lieferando ist das ich habe mal die steuerung gewöhnen ich kenne dieses motion blur noch an das ist so blörig ok ich brauche jetzt nicht zu stehen ja ach da hinten ist sogar noch eine drohne 600 meter ach machst du gar nicht dann mach ich mal kurz so zack weg ist es oh ja da ist die drohne vielleicht kann man erstmal diese gelben bierecke hier machen ja würde ich auch sagen ich hatte nur die tage soviel gezockt das man muss ja echt jedes spiel hat eine andere steuerung da muss man erstmal so ein paar minuten braucht man um da wieder rein zu kommen ja ja das ist übel das bewundere ich auch an den leuten die zocken und aufnehmen und dann so verschiedene games ja wenn ich ja auch mal angefordert es kommt schnell an jedes dröhnchen ein tönchen oder so ähnlich ach so alter ich dachte das beißt mich denn da schon wieder mal das woche ist ja noch eine drohne also wer fliegt das geile ist man bekommt ja mal signal irgendwie ob er gestorben ist da kriegt er so ein rotes kreuz irgendwie ja genau war mal markiert ja erstmal zum letzten punkt da hinten eigentlich auch nur so ein container was ich so geil finde ist heutzutage die atmosphäre in den games wenn ihr auch wetter und so darstellen also schon richtig geil gemacht aber man erkennt immer noch dass es ein spiel ist also ich hatte schon vor zehn jahren immer angst gehabt dass die spiele irgendwann so aussehen dass sie so realistisch sind als wäre es ein richtiger film und das hat sich gott sei dank noch nicht bewahrheit wird aber das kommt bestimmt also mehr durch schub büse so die fährt erst mal einmal nach vorne und dann Genau. Präger bereits ausgerüstet steht hier. Ja, kann ich einfach durchwatzen. Geht's ab? Das finde ich auch mega geil, das Geräusch, wie die abgeht. Oh Mist, ich habe doch Munitionskisten mitgenommen. Das ist blöd. Ah. Ja, egal. Muss dann so gehen. Okay, das haben wir. Ist gar nicht wo lang. Wollen wir wieder so eine Drohne da holen? Ja, können wir machen. Nicht wo lang jetzt. Sobald hier links gibt es noch Eier. Geh mal erstmal hier nach. Genau. Du machst heute den Reiseführer. Ich mach einfach, warte, ich markiere mal hier dahin. Ja. Alter, ich bin im Zug vorhin schon fast eingepennt. Wieso das denn? Ja, aber ich 3.15 Uhr schon wach war. Und dann saß ich da im Zug und dachte so, ey, gleich fenn ich ein. Ich bin so müde. Aber jetzt geht's wieder. Oh, ich bin am Boden. Was ist denn da los? Das ging aber fix. Ah, ich bin wieder da. Das ging wirklich fix. Mhm. Ich war gerade am überlegen, Heilung war nochmal H, ne? Genau. Ja. Spritz ist on point. Sehr gut. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt kann ich auch keine Heilung runterwerfen. Weil ich aus Versehen doch Munition genommen habe. Ja. Musst doch mal gucken. Aber wenn wir Glück haben, können wir die auch wieder irgendwo einsammeln. So, was mach ich denn da? Ich bürg mal. Ja, ja, ja. So, ich hab mal einen Träger angefordert. Aber ich seh hier gar keine, gar keinen. Ach doch, hier sind die gerade rein. So, Träger ist voll. Okay, jetzt kannst du. So, zweiten Träger hab ich mir jetzt auch geholt. So, wenn, wo seid ihr denn, ihr kleinen Eierchen? Na, sammeln mal schön. Ist wie Ostern. Ja. Hier gibt's definitiv auch, Eier. Aber ich glaub, hier oben war ich noch nicht. Na, ist hier gut das. Da, da, da. Oha. Alter, Finger weg von meinen Eiern. Beule. So, müssen wir mal gucken, ob der Träger jetzt voll ist. Ist hier noch ein Ei? Könnte jetzt sein. Okay, gucken wir mal. Eins, ein Gefäß hab ich ja schon gefüllt. Jo, alles klar. Hier mit jedem Schleim sind sie auch echt anstrengend. Ja, genau. Diese komische Säure werfen oder so, ne? Ja. Hier auch schrecklich. Dinosaurier-Teile wieder einsam. Hast du alle? Hm? Hast du alle Eier? Ja, müsst ihr alle haben. Also, jedenfalls hab ich schon zwei Gefäße gefüllt und das Ganze da abgeschossen. Ja, die Eier-Mission ist erledigt, sehr. Ah, sehr gut. Die Überraschungsein... Genau. Die Überraschungsein-Nummer ist das. So, jetzt muss ich schon mal gucken. Ach, da bist du. Ja, ich würd' sagen, geh mal zu diesem komischen, äh, Fliegeding da. Hm. Brauchst du, ach nee, Munition hast, kannst du ja selber holen, ne? Genau, ich hab aus Versehen die falschen Dinger mitgenommen. Hm, okay. Ich denke auch nicht, dass man das irgendwie noch während der Mission wechseln kann. Hm. Ach. Ah. Alter, das hat aber gescheppert. Ja, definitiv. Ich mach nur kurz diesen Turm hier noch. Und ich, äh, spiel hier grad mal mit Dino-Schach. Ja, die sind bei mir auch. Boah. Dann komm ich mal zu dir. Ah, du bist ja in der Höhle drin, ne? Ne, ich bin oben. Ich komm, ich komme gleich runter. Ah, okay. Ich bin hier ganz weit oben. Oh Gott, hier geht's auch. Ah, nein! Ah! Alter, ich werd' mir nicht. Bist du runtergefallen, oder? Ja. Scheißen-Dreck. Scheißen-Dreck. Jetzt bin ich in der Höhle irgendwie drin, in irgendeinem komischen. Ich weiß nicht, wo's hier rausgeht. Suche mal in deine Richtung zu kommen. Und jetzt schaff. Jetzt brenn' ich durch so ne... Ah, warte mal, ich komm, ich komm mal nach unten. Ja, genau, jetzt musstest du auch da sein. Ah, da ist er ja. Hallo. Sehr schön. Da gibt's ja auch was. Vernichte den Befall in der Erdhöhle. Das können wir ja auch machen. Ja. Hast du noch genug Muni, sonst wirst du Bescheid sagen. Jo. Wohl in der Höhle kann man, glaub ich, gar nix rufen, ne? Aber hier kommt. Ah, okay. Ah, jawoll. Sammeln wir doch gern mal ein. Oh, hier sind sogar Leichen. Stimmt. Manchmal ist das so komisch, jetzt zum Beispiel. Doch jetzt sehe ich dich wieder. Manchmal sieht man sich selber irgendwie gar nicht auf den... Also jedenfalls sein Mitspieler nicht. Ja, das stimmt. Wir müssen wahrscheinlich da drin das grüne Zeug irgendwie platt machen, ne? Das kann auch rein. Boah, ich weiß nämlich nicht genug. Aber wir sind ja auch noch nicht wirklich dran. Das scheint ja auch anders zu sein. Na, wir gehen mal da lang. Ich muss schon nirgendwo sein. Bedrohungsstufe niedrig. Tina ist, äh... Irgendein Hafen auf jeden Fall. Ja. Schbups. Ich komme nochmal zu dir. Das muss ja auch irgendwo drinnen sein. Das muss hier auch irgendwo sein. Das ist ja alles irgendwie so grün und schleimig, ne? Ja. Das ist ja wohl eine Erdhöhle hier. Soll man jetzt auf der Karte guckt, sind wir nicht richtig? Hm. Finde... Warte mal. Finde und Birg Nachschubbehälter. Drei von vier. Genau. Also einen müssen wir noch, ne? Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo der sein soll. Wir laufen einfach ein bisschen. Ja. Manchmal gar keine schlechte Option. Habe ich auch schon oft gehabt. In irgendwelchen Games so ein bisschen rumgelaufen. Und dann zack. Oh. Da ist es ja. Genau. Ich dich mit dem Dino verwechsel. Na. Das war nicht so leicht. Das geht ratz ratz. Ah, der kommt angeflogen. Schnell weg. Ich glaube, das ist schon ein anderes Gebiet. Mit dem, ähm, Boss. Oh. Sollen wir das trotzdem machen? Mal machen. Yo, ich hab die Drohne. Sehr gut. Jo, schön. Ah, hier geradeaus, ne? Gibt's auch hier 300 Meter oder so. Genau. Es gibt da auch ein Camp, das können wir freischauen. Das ist gut. Ja. Das finde ich noch ein bisschen verwirrend, wo jetzt welches Gebiet ist oder ob das jetzt doch zusammengehört oder nicht. Ich hab mir mal gedacht, das ist so eine große Mission und du musst halt alle Gebiete erobern. Und du hast halt schwere Gebiete und leichte Gebiete. Aber wie das genau funktioniert. Ja, weil es könnte sein, dass wir jetzt ein Teil in dem einen Gebiet gemacht haben, ein Teil im anderen und dann hat man gar keins so wirklich gemacht. Ja. Wo gibt's jetzt hier? Hey. Oh. Fakt ja. Oh. Jetzt haben sie's gut geworfen. Down. Ist er down? Oh. Versuch mal. Finger weg. Ich glaube, es hackt. Oh, jetzt bin ich down. Ja, beide. Aber das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Das hätte man anders lösen müssen, irgendwie. Ja, das finde ich auch. Hä? Wieso bist du komplett down? Hast du X gedrückt? Nee. Äh. Wieso bist du so schnell immer down? Weiß nicht, keiner. Also bei mir steht, äh, du bist gestorben, bereite ich auf den Wiedereintritt vor. Merkwürdig. Naja, die haben die ganze Zeit an mir rumgeknabbert, ne? Du siehst ja so die Energie. Und weg ist sie. Ich hab ja gehofft, äh, dass, ähm, dass du's schaffst. Und du hast es ja Gott sei Dank geschafft. Ja, ja. Und als ich bei dir war, warst du schon komplett weg. Ja. Oh, die haben schon lecker an meinen Flügeln rum. Oh Gott, jetzt gibt's hier... Oh nein. Nein, ich glaube ich schaff's nicht mehr. Okay. Ich hol mal ganz viele. Oh, hallo. Oh. 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 Alter, krass, wie weit der Dino seine Teure geschossen hat. Ja, das find ich auch. Ganz schön dran. Brauchst du da oben? Einer holte mal Hilfe, ey. Das ist echt unfair. Ja. Riesen Sekt. Hier ist noch ein Container. Oh, sehr gut. Und ein paar Dinos. Ich hab hier eine Station entdeckt. So, das ist ja da, wo ich gespawnt bin. Wenn ich noch ein bisschen Munition sammle. Alter, der ist voll auf den Container geflogen. Das sah ja witzig aus. Eigentlich wollte ich den bekämpfen und nicht zu mir holen. Ich bin auch voll weggeprobt. Ja, das war voll geil. So richtig klatsch. Nice. Oh. Kriegen Besuch. Oh, schön. Auf der Katerung, da sind schon die Kicher da. Diese rot markierten, die schimmern so rot, ob die stärker sind. Ja, das hab ich auch noch nicht rausgefunden, warum die so rot leuchten. Ich hab bestimmt zu viel Red Bull getrunken oder so. Ja. Das kann schon gut sein. Ist hier noch was Schönes? Ich glaub, man gewöhnt sich daran. Also, heute kommt mir das gar nicht so hektisch vor. Ja, es ist aber auch heute weniger los. Ja. Ja, nicht drin. Sind alle schon ein Wochenende hier. Ich hab auch gedacht, dass man dann das Grüne von der Höhlenwand schießt, aber scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Ja, ich seh auch keine Höhlen von denen. Hm. Ja, cool. Ich hab jetzt hier nochmal... Äh, 1000 Meter irgendwie. Ja, da können wir mal hin, oder? Hm. Aber es gibt hier noch ein paar Kisten. Ah, das ist gut. Guck mal zu dem... Zu dem 1000 Meter Ding da, ne? Genau. Kisten, Kisten. Achso, äh, aber nix zum, zum, äh, looten oder so, ne? Nee, das sind nur Kisten, äh, die man hochschießen kann. Ah, okay. Gucken, ob man hier überhaupt durchkommt. Was ich finde, wenn man sein, sein Gegenüber irgendwie nicht richtig beobachtet. Ratz, ratz, bist du weg. Zack, jetzt bist du wieder da hinten. Alter, wie schnell das geht, der. Ja, das stimmt. Ich versuche ja auch, nur irgendwie in das andere Gebiet zu kommen. Hm. Boah. Stimmt, hier kommen wir bestimmte hoch. Ja. Hier ist so fett am Klettern, ist er hier. Äh, ist gut. Gibt ja schon was da. Na, ist ja wie beim Bowl dann hier. So. Alter, wie sie hier wegfliegen. Das ist so nice. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich glaube, was ist das denn? Das ist Munition. Oh, hier geht's aber auch tief rund. Oh, oh, oh. Hast du das so, Ballett? Ja. Ich bin irgendwie ganz sanft gelandet, sozusagen. Viel Glück gehabt. An so einer Steinwand bin ich runtergerutscht. Das ist praktisch. Hm. Ah, hier ist noch, äh, Ausrüstung. Brauchst du Energie? Hier ist noch Energie. Äh, ja, könnte ich schon brauchen. Ich schalte mal den Turm ein. So, jetzt sind wir da. Ist aber auch wirklich so, wenn Spiele ganz neu sind. Äh, also, die sind alle so unterschiedlich. Wenn ich überlege, wie, ähm, wie heißt, eine Devil's Hand oder so, ist auch schon wieder ganz anders. Also, das muss ich auch noch weiter zocken, wäre das auch richtig geil. Das stimmt. Oh, haben wir ein Ei angefasst, kommen sie gleich angelaufen, ja. Ey. Bitte. Wollen sie es doch mal wissen, ihr. Die einem ganz schön was ab. Hm. Gut, 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 gut. Ah, das ist echt übel, ne? Mit, mit so einem Elektro-Krams da. Ach, volle Träger benötigt. Irgendwo muss ich noch ein Ei aufnehmen hier. Ein echt intelligent, die Viecher, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab eben geschossen. Da ist das mal geschickt ausgewichen. Ich hab mir mal ne Spritze gesetzt. Hier gibt's ja ein schönes Ei. Ah, sehr gut. Das hol ich mir doch gleich mal. Jo, perfekt. Ach, da können wir auch gut klettern, die Viecher. Dann setz ich das mal ein, so, zack. Und dann wird's in der Orbit geschossen. Nice. Oh. Oh, deine Energie sieht nicht gut aus, ne? Ja, meine auch nicht. Ich glaub, ich schmeiß nochmal Munition. Vorsicht, Munition. Hm. Schöne Munition. Das schöne Full-Metal-Geschoss. Ja. Oh, was war das hier? Du bist eben so abgehoben. Ja, ich hab so ein... Das ist mein Special. Ah, okay. Das ist aber wirklich nicht schlecht, weil es... Man kann ganz schnell Distanz zu den Viechern gewinnen. Bum, weg. Boah, ist das... Das ist doch wieder das. Ach, das ist das, wo das Lett mal abgestürzt ist, ne? Was man nicht geschafft hat. Nice. Das ist ja cool. Ach so, hier muss man... Ich schmeiß mal hier unten. Hier ist der Behälter. Hm. Ich mach die dann unten da. Okay, und ich krall mir die hier oben. Weiß ich, ich muss nochmal einen einsammeln hier. Oh, okay, warte. Den hab ich eigentlich jetzt. Oh. So, jetzt müssten wir doch hier irgendwas machen. Genau, die eine... Die Lore erstmal wegschicken. Und unten die Lore müsste auch weggeschickt werden. Ja. Das Gitter. Oh, hier ist noch, äh... Energie, falls du brauchst. Ja. Dann heil ich mich vorher und dann... Ja, mach ich auch mal. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder frei. Ist man da jetzt hinterher oder was? Oder... Ich schaffe den... Ja. Oh, ja, das ist scheinbar. Stimmt, hier müssen wir jetzt die Weiche umstellen. Das hätte ich letztes Mal noch gemacht. Das muss dann unten auch, ne? Soll ich unten lang gehen und du gehst... Oder wollen wir erstmal das eine, dann das andere? Äh, ja. Ich glaube, wir müssen sogar dann wieder nach unten, ne? Weil ich hab den jetzt nach unten geschickt. Ja, ich glaube, hier rechts geht's nach unten. Aber... Die andere Lore ist ja woanders. So, ich weiß gar nicht. Die Lorelei. Hier ist... Oh. Ja, dann können wir die andere hinterher. Hm. Alter, ich wollte mich erschrocken, als sie so angefahren kam. Ach, hier ist die Weiche, genau, die ich stellen muss. Jetzt ist mal viel, viel weniger los, ne? Wir müssen gar nicht so rumballern, so hektisch. Ja, das wundert mich auch. Ich hab gar nichts gesehen. Oh. Da hat wohl einer gehört. Ein Zahnsitz. Da hat er mal gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Der hat uns echt schon zehnmal in Orbit geschossen. Reicht ich aber auch. Ja. Spritze setzen. Oh mein Gott, das geht ja noch tiefer. Und dann müssen wir noch die andere machen. Das kann ja was werden. Ja, das wird richtig gut. Ah, hier gibt's wieder Munition im Kran. Na gut, dann haben wir's letztes Mal nicht, gerade so nicht geschafft, sondern... Stimmt, da hat noch eine Menge gefehlt, ne? Ja. Ich vermute mal, dass sie dann irgendwas in die Luft jagt. Uiuiuiuiuiui. Schön, wie du die alle wegsprengst. Ja. Das ist der Typ mit dem Sprengding ist schon geil. Ja, absolut. Das macht auch richtig Freude. Doof ist nur, wenn du einen wegsprengst und der kommt dir an der Entgegen geflogen. Das hab ich auch schon ein paar Mal gehabt. Okay, der muss... Ah, hier ist noch eine Weiche. Ah, ne, Lift ist das. Das ist nicht so geil. aber schiss das war den container mit in die luftjahre das wäre ein bisschen und hier kann auch keiner also ich kann ich auch keine munition abwerfen aber ich liegt auf welche rum ja hier ist auch gesundheit falls du brauchst brauche ich nicht ich heile mich aber auf jeden fall aber du kannst es nehmen ich habe noch vier stück ok ich habe auch noch hier granaten jetzt geht es in die richtung ich habe letztes mal habe ich gedacht das haben wir jetzt ja fast geschafft aber vielleicht ist das ja auch für mich gegen die frei auch ja da liegt doch nicht wer auf dem rücken wir haben es geschafft glaube ich ja und verstand da auch jetzt müssen wir noch den anderen holen ja aber das ist eine nice mission wenn man das jetzt noch schafft jetzt das hier der leuchtende rot aufgeleuchtet hier gucken wo es hier lang geht zurückkommen oder ob es wird komplett zurücklaufen müssen aber ich muss mir mal ein paket werfen jetzt müssen wir nur noch zurückfinden ja das kann was werden hier gibt es auch noch munition ah sehr gut ah ja ich habe meine eben gerade aufgesammelt stimmt da lang können wir mal probieren wir müssen auf jeden Fall wieder raus ja auch noch heilung oh das ist auch gut loot over there hat er gesagt das ist schön hier geht es nicht lang hier so das muss ja irgendwo hier nach oben gehen ja ich glaube hier lang da musst du dann rüber springen schwupps jo wahrscheinlich gibt es auch einen viel einfacheren weg raus ja genau das manchmal ist das echt schon seltsam wie man sich im spiel bewegt ich musste über mich lachen als ich gottvoll gespielt habe da musst du so drei gefäße zerstören und damit mit seiner blauen flüssigkeit damit du dann sag ich mal eine truhe öffnen kannst und im spiel habe ich das gelesen da steht genau die anleitung wie man es macht aber ich habe es im spiel irgendwie entweder ignoriert oder wie auch immer guck mir das hinterher im video an und denke so alter ich fosten das habe ich doch gelesen was ich machen musste bis ich das gerafft habe nee 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 schön ne ja immer schön wenn man an der eigenen doofheit schreit hat oh das sieht ja ziemlich gut nach oben aus hier ja finde ich auch ich glaube jetzt sind wir auch im richtigen Wege und gibt es nicht äh hier geht es auch noch ja Dinos ohne Ende ich will jetzt kombatieren oh das sieht gut aus Treppe ist immer gut ja ja wir sind draußen ah sehr gut dann müssen wir jetzt unten nochmal sein dann können wir das ding endlich in die luft jagen das wird super wir haben quasi noch eine mission geschafft ach hier muss ich erst die Weiche stellen so und dann kann ich hier zündeln ich komme mir vor wie so ein Personsschützer weißt du ich laufe so neben dem Wagen nebenher und dann sitzt da der Präsident drin oder so und jetzt müssen wir ach so genau oh Mist dann müssen wir wahrscheinlich doch wieder rein was soll ich hier lang denn ah hier lang geht es ja ja super das habe ich gar nicht gesehen ah das ist ja alles so düster hier hat er seinen Kopf verloren hier ah da kommt es raus ach nein gut ja genau da oben waren wir rein ganz den Lift mal benutzen dass der runter fährt ich zerlege einfach hier alles wie fliegenfischen oh einer wurde hier überfahren aber der war schon tot so und nehmen den sprengspruch von der lore und platziere ihn auf das geröll auf dem tunnel blockiert ist okay habe ich jetzt mal gemacht bleib auf distanz was kommt da denn angelaufen das war so wir haben uns auge in auge das war schon ein paar sehr gut hier gibt es Muni ah sehr gut okay ich bin mal hier unten ok ok ich bin mal hier unten ok ok k ich bin beschäftigt Aua, ich kam mir auch schon wieder entgegengeflogen hier. Jetzt ruhe hier. Ah, du musstest den Lift von unten nach oben holen, ne? Genau. Ah, sehr gut. Ich bin wieder blutbeschmiert von oben bis unten, du auch. Hm. Du weißt, was ist das? Kreuzung benutzen, sehr gut. Ah, ich muss wahrscheinlich zweimal drücken. Oder? Nö. Nö, ist hier auf der Seite, das ist öfter. Okay. Jetzt haben wir doch einen Sprengstoff zu wenig, oder? Wir haben jetzt nur zwei an der Seite. Hm. Vor allem, als hätten wir das nicht. Ich meine, wir hatten das in der Hand. Wir hätten auch einfach runter spaziert. Genau, ja, stimmt. Rein von der Logik her. Will ich den scharf machen, oder willst du? Ja, du kannst, mach ruhig scharf. So, hab ich scharf gemacht. Ich weiß jetzt, müssen wir jetzt raus, oder? Wir müssen den anderen auch noch scharf machen. Oh, Mann. Ach so, haben wir gar nicht gemacht. Ich spring mal kurz runter. Oh, komm aus der Mine, evakuieren, steht hier. Okay. Ich muss sagen, laufen wir mal wie Forrest Gumpher. Definitiv. Oh, ha. Komm, überall die Dinos angelaufen. Aber das ist mir jetzt egal. Ja. Ein von Nuance. Ja. Oh, nein. Oh Gott, das war knapp. Alter, das war aber eine sportliche Leistung, eben. So, jetzt sind wir gleich draußen. Oh, die Treppe. War einer falsch abgebogen. Aber hier geht's raus. Du bist nur vor mir gelandet. Hm? Du bist ja vor mir gelandet. Ja, ich hab irgendwie überholt. Oh, oh. Aua. So, ich bin jetzt mal hier abgehauen. Oh, nein. Die haben mich umgeknatzt. Oh. Oh, Ziel. Erreiche deinen Exfiltrationspunkt. Was? Meine Verbindung ist abgestürzt? Nee, meinst du? Bei mir läuft alles. Fragman hat die Verbindung verloren, steht hier. Okay, pass auf. Dann mach ich nochmal schnell zu Ende. Das ist ja blöd jetzt. Äh, 552 Meter. Ich laufe auch an allen Dinos erst mal vorbei. Und versuche die nicht zu bekämpfen. Das kann ja was werden. Oh, Spannung. Macht sich kalt. Oh. Ai, 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 ai. Oha, so schnell weg hier, Verbindung zum Shuttle, Verbindung aufgebaut, oha, das kann ja was werden. Oh, der Shuttle kommt gleich. Ai, 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 los, komm, gib dir nochmal ne Spritze. Shuttle im Anflug, los, komm, das packen wir. Wo bist du denn? Ah, oh, jetzt kommt der raus. Oh, mit Shuttle, mach schneller. Ah. Oh, Gelanex-Filtration, fehlgeschlagen, ich glaub's ja nicht. Ich hätt nur noch in dieses Shuttle reingemusst. Oh. So ein Schrott. Ah, Mann, Schei, naja. Fehlgeschlagen, schade, aber trotzdem, äh, gut geklappt. Hm. Das ist ja ärgerlich. So, zurück zur Lobby. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und, äh, sage mal, wir machen Schluss an dieser Stelle. Frustrierend und ärgernd ist das Ganze zu Ende gegangen hier. Aber, ähm, wir haben's fast geschafft. Das kann man sich angucken, auf jeden Fall.